Auf den Bühnen dieser Welt XY gelöst mit dem Filmbike Live, der etwas andere Sendebesuch. Aber man darf natürlich nicht vielleicht in einer Tiefgarage Rettungsprojekte wie Kinderspielzeug platzieren. Das ist ein Laufgerät, Laufstall. Dann hier etwas zum Ausruhen, dann wieder etwas zum Spielen, ein Trapez-Spielzeug, Holz-Trapez-Spielzeug und Schwimmflügel. Wenn Eigentümer meinen, das ist alles Müll, warum darf ich denn dann zu XY fahren? Vielen Dank für die Einladung. ZDF. Also es lohnt sich mal darüber nachzudenken, wenn man nicht nur im Notfall in einer Tiefgarage etwas lagern dürfte, aber Notfälle sind sekundär heilig oder nicht heilig, ist hier die Frage. Manchmal werden auch Spielsachen abgeschleppt. Mehr Mensch, gute Nacht. Und ich hoffe, dass dieser Junge Freude hat, denn er ist ein prominenter Junge. Und ich überbringe nur die Spielsachen, die bei mir zwischengelagert waren. Vielen Dank. Filmbike No Limits for Better Planet. Und wer wegschaut und weghört, ist Täter und landet dann eventuell bei einem Präzedenzurfer. Urteil. Bis bald. Wir hören. Mehr Mensch. Ist das auch auf dieser Anlage gestattet? Das muss ich erst noch beweisen. Galakon.tv No Limits. Courage ever on place.